Hallo, mein Name ist Julia Korkisch und ich studiere hier an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Mir gefällt hier besonders die Atmosphäre, die netten Kommilitonen und auch das Zusammensein mit diesen Profs. Dadurch, dass wir in der recht kleine Gruppe sind, ist da die Konnektivität zwischen den Professoren und den Schülern oder Studenten schon sehr hoch. Das hat mir sehr gefallen. Deswegen habe ich mich für die Privatuniversität entschieden.